Ich bin ein glücklicher Mann. Ich habe meine beiden Töchter. Ich liebe sie und ich will das Leben lieben. Ich will diesen endlosen Film anhalten, der sich in meinem Kopf abspielt. Das erfordert harte Arbeit, große Anstrengung. Es muss das ausgemerzt werden, was jahrzehntelang von denen, die mich missbraucht haben und von mir selbst in Stein gemeißelt wurde. Menschen wie ich suchen ständig nach Gründen, auf dieser Welt zu bleiben. Für mich ist dieser Grund, dass ich anderen helfen kann. Solange ich das tue, hat mein Leben einen Sinn. Ich bin fest entschlossen, nicht aufzugeben und daraus Kraft zu schöpfen. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Wir sprechen von der verborgenen Seite der Angst, weil das Gehirn Angst erkennen kann, ohne dass sie dem Menschen bewusst ist. Die unbewusste Verarbeitung der Angst stellt übrigens eine wichtige Anpassungsfunktion des Gehirns dar. Manchmal erzeugen diese Prozesse aber auch unbewusste Angstzustände, die wir deshalb nicht verarbeiten können. Das ist der Preis, den wir für unser wirksames Angstabwehrsystem zahlen müssen. Es wurde mit der Evolution ständig verbessert, damit wir überleben. Aber im modernen Leben funktioniert es vielleicht nicht immer. Es ist nicht immer effektive in modernen Leben. Ich würde jetzt gerne zu Ihnen vorstellen, Elia Zidane, eine sehr brave Frau, eine Survivorin von 1993 und 2001. Wir, Menschen, haben eine Tendenzie zu halten, zu halten, zu etwas. Wir wollen halten, zu lieben, zu lieben, zu Menschen. Und wir wollen halten, zu beurteilen, zu wunderschön, zu momenten. Das ist nicht das wie das Leben ist. Das ist nicht das Wunschste. Das ist das Wunschste, das Wunschste. Das Wunschste. Und wir müssen das Wunschste, das Wunschste. Es muss auch das Wunschste geben, das Wunschste, das Wunschste und Angst, was vorst. Es muss auch das Wunschste, das Wunschste, was vorst. Aber es kann auch, wenn es sich da. Und das ist das Wunschste. Wir müssen das Wunschste machen. Das Wunschste, zu machen, es sich da. Und nicht, dass das Wunschste noch da, das Wunschste ist. Sie haben das Wunschste. Sie haben uns gebrochen, was passiert. Sie haben das Wunschste, dann nicht der Zeit, warum sie librieren. Nächste Woche gibt's Cannabis bei Arte.